Südafrika ist geschockt. Senso Mejiva, Kapitän und Torwart der Nationalmannschaft, wurde gestern Abend erschossen. In der Nähe von Johannesburg wurde der 27-Jährige Opfer eines Raubüberfalls. Gegen 20 Uhr dringen bewaffnete Einbrecher in das Haus seiner Freundin ein. Er wehrt sich, die Situation eskaliert. Nach Polizeiangaben trifft ein Schuss den Keeper genau in der Brust. Noch auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt er. Jetzt hat sich Nationaltrainer Efraim Maschaba unter Tränen zu dem tragischen Unglück geäußert. Ich kann hundertprozentig sagen, seitdem Senso im Team ist, hatte diese Nationalmannschaft niemals Probleme. Weil er immer ein Anführer war, ein Lenker. Die Spieler sahen zu ihm auf und hörten ihm zu. Ich kann mich an keinen Spieler erinnern, der Probleme verursacht hätte. Denn alle gingen immer zu Senso und sprachen mit ihm über ihre Probleme. Mejiva war auch Kapitän des südafrikanischen Fußballclubs Orlando Pirates. Auch dort herrscht pure Fassungslosigkeit. Wir, der FC Orlando Pirates, sind am Boden zerstört. Wir hatten heute Morgen eine Trainingseinheit, bei der wir mit den Spielern tief in uns hineingehorcht haben. Es war schwierig für mich als Vorsitzender mit der Situation umzugehen. Denn Senso Mejiva war uns allen so nah. Es gab viele Tränen, niemand konnte sie zurückhalten. Und ich sagte den Spielern, es sei nur fair, dass sie weinen. Denn es ist nicht einfach, solche Emotionen zurückzuhalten nach einem Ereignis wie diesem. Die Polizei fahndet unter Hochdruck nach den Tätern, hat für Hinweise, die zur Aufklärung beitragen, eine Belohnung in Höhe von umgerechnet 10.000 Euro ausgesetzt. Der Tod des Fußballers hat die Debatte um die Waffengewalt im Land des WM-Gastgebers von 2010 erneut angeheizt. Zwischen April 2013 und März 2014 wurden in Südafrika mehr als 17.000 Menschen ermordet.